Okay Okay, wieder zurück Nein, 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 nein Das ist ein großer Au Ich hau ab, ciao Puh, das war knapp Junge Ach, nee, Babe Das ist nicht so gruselig Ich glaube, ich finde mehr Das ist mehr Action wie Grusel Das Game So, man kämpft ja die ganze Zeit Oder schleicht oder so Das ist eher nicht so gruselig Jetzt höre ich mir mal Die Nachricht an Vielleicht gibt sie Ein bisschen mehr Information Wenn ich das Ding repariere Dann kann ich auch Reparieren Jaa, nice Los, reparier das Ding Reparier den Shit Kann ich vielleicht die Sachen Schrott übertragen Recyclen Sehr gut Dann kann ich wieder Sachen herstellen Wenn ich an so eine neue Herstellungsmaschine bin Okay, ich muss wieder in mein Büro Nein Nein Warum nur Was? Wow Nein Es waren zwei Es waren zwei Fuck Wie soll ich an denen jetzt wieder vorbeikommen Wo bin ich? Ah ja Muss ich das jetzt wieder reparieren? Ah, okay Das hat da gespeichert Okay, ich bin auch ziemlich im Arsch Wenn ich ehrlich bin So Rein damit Schrott übertragen Tag, 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 tag So Warte mal Ich hab doch hier noch irgendwo das Geschütz Ja Mal gucken, ob das mir helfen kann Ich hab zwar noch die Pumpgun Aber Muss erstmal hier Energie nehmen Dann Reparaturkit Was war das? Q Ne C Nö Ist was zum Essen Egal Ah Ach komm schon Das war nicht fair Ah 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 Stirb Stirb Komm her Prost Boah Ah Scheiße Das ist der Schädig Hm Ja ja Klopf, klopf Genau Du sagst es Warte mal C Ich esse grad Ah, jetzt hab ich mein ganzes Zeug Was ich im Inventar hab Zum Essen Hab ich da jetzt rein Verstehe So Nochmal Nochmal Warte vertragen Zeug So So Ich kann verbessere Bisschen My My Energie Geh Oder kann ich aber ein bisschen mein Ding verbessern Mein Anzug Inventar Inventarplatz Mehr Inventarplatz Ist doch mal nicht schlecht Waffenspiel Oh Erhöert die Verwendung von Waffen Upgrades Ah Okay Da sind diese Schlösser weg Verstehe 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 Erhöert den Rang bei Was? Den Ertrag beim Recycel Das ist nur so Inventarplatz Ist das Krieg ich nicht Du fügst Gegner Solange er dich nicht bemerkt Uh, okay Und in einen Zustand Die Zeit dich herum verlangsamt Oh Das könnte lebend rettend sein Behört deine Gesundheit Das ist doch was Das will ich Und dann Das hier Sehr schön Und jetzt habe ich nur noch Ein Neuromod Aber hier kostet nichts mehr Eins Aha Kampffokus Mhm Wow Was habe ich jetzt? Was ist das? Wie Wie setze ich den ein? Ah, okay So Okay Verstehe Interessant Scheiße Ah Oh Gott Hey Ah Das ist ein Maul Das ist voll unfair Das wie Oh, das ist viel Energie Ah Hi Stirb doch, Mann Schluss mit dir Alter Alter Aua 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 Gottes Ich hätte die Zeit verlangsamen sollen Oh, kaputt Fehler Charakteranpassung genötigt Ja, da hat dich Nullkommanix In kleine Häppchen geschnitten Ne Das ist nicht mal ein Schuss abgefeuert Oh Gott Nein Ich weiß, hier ist noch eins Jetzt kann ich wieder rumlaufen Und alles suchen Aha Ich hab dich gesehen Da Oh, Mann Oh, Mann Oh, nein Vitalwerte krieg dich Stopp, nochmal Bleib liegen Scheiße Erstmal hier jetzt Nein Nein Reparieren Ja, geh, verwenden Hallo Also, geht doch So, mein Anzug mal wieder reparieren Und jetzt brauche ich E Genau Sehr schön Ah Gleich das nächste, Alter Gleich verarschen Geh, sterben So Dann gucken wir uns mal die Übertragung weiter an So Fortsetzen Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt Du musst die Talos 1 zerstören Was? Die Forschung Die Typhon Alles vernichten Auch dich Ich weiß, wie das klingt Aber du hast die Typhon erlebt Sie sind ein Teil von dir Wenn auch nur eine Zelle die Erde erreicht Ist das aus? Tut mir leid Es gibt keinen anderen Weg January wird dir zeigen, wie die Selbstzerstörung aktiviert wird Alex wird dich aufhalten wollen Er hasst es zu versagen Er ist zu stolz und beschämt zu Mama und Papa zurückzukriechen Jetzt hängt alles an dir Viel Glück Gefällt dir nicht, oder? Ne, absolut nicht Chris Chris on fire Oder Chris on fire Danke für dein Voller Willkommen im Staff Team Hi Was geht? Da bist du ja Hallo Morgen Ich bin January 2035 Ich bin ein Operator Es gibt viele Operator auf der Talos 1 Aber keiner davon ist wie ich Wunderschön So Stell mir noch kurz was her Moment Ich muss erst dir ein paar Patronen Hier so herstellen Munition brauchen wir Munition Jetzt können wir keine mehr herstellen Okay Ich bin ihr Plan B Meine erste Aufgabe war es Sie aus der Simulation zu befreien Dann sollte ich Ihnen das Video zeigen Alles erledigt Interessant Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert Ihr Bruder hat den ersten Sie den zweiten Alex hat ihren Zündschlüssel zerstört Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt Dorthin müssen sie sich als nächstes begeben Danach können wir uns Gedanken um Alex Schlüssel machen Die Typhon breiten sich schnell aus morgen Das wird ein Wettlauf gegen Sie und Ihren Bruder Mit dieser Schlüsselkarte haben Sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren Mit dem Hauptaufzug erreichen Sie die Datenzentrale am schnellsten Alles klar Habe ich meine E-Mails eigentlich alle gelesen? Ja, habe ich, ne? Kann ich nichts mehr machen Schrank ist leer Schade So, wir haben ein neues Ziel Zwei neue Ziele sogar Die Schlüsselkarte Ah, ist hier Nächstes Thema Ich sollte Ihnen weitere Neuromods besorgen Das habe ich getan Viel Glück morgen Oh, danke In der Sicherheitsstation in der Lobby könnten sich Waffen befinden Waffen hört sich gut an Und dann? Kommst du nicht mit? Jede Neuromod erzeugt einen Schnappschuss ihres Gehirns und simuliert einen Lernvorgang Dann werden diese Änderungen umgesetzt Milliarden von Verbindungen innerhalb von Minuten neu belegt Alles ermöglicht durch unsere Freunde aus dem All Okay Wir haben zwei Neuromods Das wäre jetzt hier Uniform Mehr Inventar Oder hier nochmal Verdoppelt Ja Ja Schneller heilen ist immer gut Heilen ist immer gut So Wo Was machen wir denn jetzt? Haben wir jetzt zwei Wo ist denn das jetzt eigentlich? Das ist doch bestimmt jetzt auch hier irgendwo Da Das ist nicht weit Da gehen wir kurz hin Was ist da unten? Und ich weiß, wer da unten ist Hm, ich hör dich schon Oh Traumazentrum Okay Wo ist der? Da ist er Da ist er Da ist er Da ist er